Hier haben wir den Ferrari mit dem. Meistens die Deutschen haben Interesse mit Formel 1. Ich weiß nicht warum. Meistens so. Immer die erste Frage, wenn zum Beispiel ein Buket sagt, wir können schauen von hier die Formel 1. Immer die erste Frage. Das ist ja gar nicht. Ganz schnell. Lass uns mal durch. Lass uns mal durch.